Heute spielen wir die krasseste Runde Hunger Games in Minecraft! Schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's! Jooooooo was geht ab Leute?! Oh Gott! Oh Gott, ist das krass! Oh mein Gott Digger! Ohhhh! Komm schon! Bisschen gute Sachen! Kollege! Gib mal sofort eure Sachen her! Alter! Gib mal sofort eure Sachen! Oh, ich bin 1! Ich bin 1! Ich hab 3 Hits! Ich hol den Schwarz! Ich hol den Schwarz! Ich hol den Schwarz! Hey, wir machen heute Hunger Games Battle! In Minecraft! Oh Gott! Was hab ich hier jetzt noch alles bekommen? Nein! Ihr wollt nicht wissen noch alles! Er sagt ja, eine Ding ist, ihr seid drauf, ihr seid weg! Was?! Alter, Kaspar hat mich eben gar... Ich bin nicht vor teleportiert! Kaspar hat mich einfach fast getötet! Man kann auch TP werden! Ja Digger! Nochmal Bro! Ey, wie kann man TP werden? Ja, es gibt so Boost Pads oder so, so Buff Pads! Ja, man kann nicht so TP'n! Oh mein Gott! Das ist ja voll krass! Jetzt lügt er! Ich sag, du lügst! So, das ist schon sehr krass, was ich hier gerade bekommen hab! Bro! Ja! Goldäpfel! Sehr gut! Und Elytra! Okay! Oh mein Gott! Ey, ich hab gar keine Goldäpfel! Man kann auch auf so Pads raufgehen, dann kriegt man so Boost und so, ne? Stimmt, ja! Oh, ich hab Boost! Ich hab Boost! Tatsache! Okay, jetzt brauch ich hier mal ein bisschen Glück jetzt hier mal bitte! Warum schon? Hier ist was! Ja, Alter, was hab ich denn für krasse Tränke? Ich hab, ich bin so voll mit Tränken, das ist ja nicht normal! Jungs, ich will nichts sagen, aber mein Schwert, ich glaube, das kann keiner toppen, bin ich ganz ehrlich! Hast du's verzaubert, ehrlich? Ja, hab ich! So ein krasses Schwert oder was? Ja, ich hab ein verzaubertes Netherite Schwert! Das ist ne Lüge! Ja, verzaubert mit Schärfe 2! Was? Aha! Genau! So ein Ding also! Bisschen Glück jetzt hier noch! Kein Glück jetzt hier! Ich hab'n OP-Goldapfel! Was? Mann, das hatte ich eben auch, ey! Was? Jaja, das ist verrückt! Ich hab'n keine Chance! Alter, mach dir sowas her! E-Goldapfel! Das sag' ich dir nicht! Nur wenn du mir an dein Schwert gibst! Würdest du den tauschen gegen das Schwert? Jetzt mal so, ich frag' für'n Freund! Den OP-Gott? Nein! Hä? Hä? Weil man mit dem aber nicht besiegt werden kann! Warum sollte ich den tauschen? Das wär echt schon ein bisschen Müll! Natürlich kann man mit dem besiegt werden! Ja, okay! Noch 10 Sekunden oder noch 12 Sekunden! Jaja! So, jetzt brauch ich noch hier ein wichtiges Item! Wo ist denn das jetzt? Ach Kaspar, da bist du doch! Da seh' ich ein! Ich glaub's nicht! Hm! Wen? Hau ab! Nein, nein! Okay! Ja, da vorne muss ich! Ich muss da vorne, okay! Sooo, ganz entspannt! Weiter, Jungs, ne? Gar kein Problem! Ja, wir müssen uns auf den Murkern fokussieren, wenn der so'n OP-Gold-Opfer hat! Den müssen wir absolut runter! Der hat ein verzaubertes, die hat zwei Schwert! Also, ein verzaubertes, schartendes Zweischwert! Was für Schartes zwei, Digga! Ich hab' ein normales Eisenschwert, Digga! Was? Der hat mich eben gerade schon fast gewonshottet! Ich hab' ein normales Eisenschwert, Digga! Hau ab! Hier ist noch einer! Oh Mann! Die sind alle beieinander! Wollt ihr schon fighten? Hey, das macht Ding wie gar keinen Sinn! Was ist los? Willst du's echt? Willst du's wirklich haben, Leon? Ja! Willst du's wirklich haben? Willst du's wirklich haben? Willst du's wirklich haben? Willst du's wirklich haben? Was ist los bei euch? Der hat mich abgeworfen mit nem Schwenke-Trank! Oh, wichtig! Wichtige Kiste! Ganz, ganz wichtige Kiste! Passbar! Hau ab, Kollege! Wo hast du das Schwert her? Ich hab' nur verzauberte Sachen! Wo seid ihr, hä? Traut euch! Traut euch her! Alter, hast du da nicht reinguckt? Da ist Diabos-Platte! Hä? War da gar nicht drin! Natürlich! Was? Das ist meine Kiste gewesen! Oh mein Gott! Okay, die tauscht gegen den OP-Golden-Apfel! Bin ich ehrlich! Ja, dann los! Ja, du willst mich angreifen! Pack mit dem Teufel! Pack mit dem Teufel! Leon, wo bist du? Stillbleiben! Nee! Ich bin hier! Wo seid ihr? Wie du bist hier? Alter, hier ist ein Verzauberungstisch! Oh mein Gott! Kann ich verzaubern? Mökel, Mökel! Guck mal, guck mal! Ja! Schärfe! Rein da! Rein da! Rein da! Ey! 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 Schnellbleiben, Kollege Schürschuh! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Alter! Oh mein Gott, der ist stark! Ey! Ein krasser Schwert! Ey! Ein krasser Schwert! Komm zurück! Komm zurück! Warum teamt ihr? Ah! Bist du, Alter? Warum teamt ihr? Tja doch, Jungs, jetzt traut euch! Das war doch nur Spaß! Ah! Ah! Komm her, Kollege! Ah! Hallo! Komm, lass mich teleportieren! Hau rein! Nein, was? Ja! Was? Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Aber ich danke dir, Leon! Ich konnte gerade so mit vor Kaspar abhauen! Na, wo bist du? Na, wo bist du? Er ist einer Verzauber... Ich hab auch... Ich hab auch eben verzaubert! Er soll mal zaubern! Er verzaubert grad! Das ist doch unglaublich! Lökhan, das war's mit dir! Das war's mit dir, Ro! Und jetzt hängen sie! Jetzt ziehen sie nur aus! Mit ihren blöden... Komm her! Jaaa! Kommt her, Jungs! Kommt her! Ich wollte nur das Eisenschwert haben, weil ich hab kein besseres. Tschüss! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist unglaublich! Das ist unglaublich! Wer sitzt du in der Mitte? Was machst du jetzt, Leon? Jaaa! 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 Neaaain! Was? Wie stark? Komm her Kaspar! Komm her! Es ist schon vorbei die Schwäche! Tjaaa! Langsam Kai! Nicht nochmal! Aaaaaaa! Grip Möcon! Jaaa! Möcon! Ey! Jaaa! 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 Ja, tut der sich einen Heel tragen, ich glaub's nicht. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie kann man so gut sein, teaming, teaming. Ja, oh mein Gott, das ist so unglaublich jetzt. Rückzug. Ja, was macht ihr? Wir können, wir können. Das ist jetzt ein Gap. Ja, oh mein Gott, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn drin, ich hab ihn drin. Es nützt nichts, es nützt gar nichts, es nützt nichts. Oh, nur am Team, nur am Team, was ist das denn, wie billig, geh doch mal auf ihn. Bitte, 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 bitte. Ich bin noch dabei. Bro, geh doch mal auf ihn her, wo bist du ein Ohr? Du hast dich doch eben auch geteamt. Ja, brust du mich bitte nochmal, Leon? Nein, ich kann ihn nicht hitten, oh mein Gott. Ja, geh doch mal aufeinander, geh doch mal aufeinander. Oh, okay, okay, es tut mir leid, jetzt geht die beiden auf den Weg. Ärger. Jetzt gibt's Ärger. Ey. Wenn du mir so machst, dann mach ich auch so. Nein. Du bist so ein Ehrenloser, ich hab dir doch geholfen. Jungs, ihr werdet jetzt absolut drauf gehen, Alter. Ihr werdet absolut drauf gehen. Hä, bist du wieder da? Hä? Hä? Wie, ach so? Ich dachte ganz. Ich hab immer noch mein OP-Goldapfel drin. Hä? Wieso? Hä? Das ist so ein Prank, das ist so ein Prank. Nein. Hä? Hä? Hattest du überhaupt, das überhaupt, Äpfel hartet? Hattest du überhaupt nie gemacht? Ah! Bro! Nein. Was? Ey, das war ein verzaubertes, scharpenes Zweischwert auf Anfang finden kann. Alles abgezogen. Ja, ja. Ihr hattet auf jeden Fall richtig Glück, aber jetzt Jungs. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hast du das Nazarite Schwert? Oh mein Gott. Ich glaube, er hat das Nazarite Schwert. Es gibt nicht immer eins. Oh mein Gott! Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was hat er bekommen? Er will direkt, er will's direkt. Willst du's wirklich direkt, Kasper? Willst du's auch direkt? Willst du's? Ja, dann geh weg jetzt. Die Stadt gehört mir. Die Stadt gehört mir. Bist du so krass gewesen gerade? Ich hab keine Ahnung, ich hab nur einen Goldschwert. Eigentlich ist das schlecht. War auf einmal richtig gut oder so. Digga, auf einmal hackt der Game Mode an. Das stimmt gar nicht. Nur weil ich einmal rumgespielt hab. Es gibt gar keine Kisten. So, hier ist keine Kiste. Oh, ja. Ich glaube Leon hat das Nazarite Schwert. Schön wär's, aber ich hab was anderes Cooles. Ich hab was anderes Cooles. Was noch besser ist für mich als ein Nazarite Schwert. Okay, das ist jetzt gelogen. Was gibt's noch besseres als noch ein Nazarite Schwert? Tja Jungs, das wollt ihr ja gerne erfahren. Erfahrt ihr aber nicht. Er hat vielleicht zwei Nazarite Schwerter. Ah, so ist das. Okay. Besser als eins sind zwei. Ja, stimmt, stimmt. Oh, ich hab nur ein Steinschwert. Ich auch. Ich hab nicht mal ein Steinschwert dieses Mal. Ich hab nicht mal ein Steinschwert. Hä? Okay. Ich hab nur ein Steinschwert. Was ist denn das? Oh, hier ist noch. Hier ist noch sehr gut. Oh, wichtig für mich. Ganz wichtig. Ich glaube Leon lügt nur, ne? Ja, ja. Oh, ganz wichtig für mich grad. Oh, auch. Alter, stark. Ihr als Starf oder was? Na klar, natürlich. Immer her damit, Jungs. Immer her damit. So, wo kommen wir überhaupt verzaubern? Wo ging das nochmal? Ich bin das. Na, da wo ich bin geht das tatsächlich. Alter, ich mach grad Jump'n'Run. So, ist hier jemand drin? Ist hier jemand in dem Haus drin? Hau ab, Kollege. Hier wird nicht verzaubert heute. Ohne verzaubern. Lapis. Lapis auch drin. Besiegen gegen Kaspar. Bro, er hat einen ever verzaubert grad schon, Digga. Als wär irgendwie ganz los. Lapis ist drin. Das Lapis. Wie? Nein, nein, nein. Was soll ich machen? Du willst helfen, der hat zaubert grad. Bro, ich bin, ich bin irgendwie ganz weit weg. Ich hab alles verzaubert. Er hat sogar Rüstung verzaubert, der hat's gehört? Als ob. Nein, 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 nein. Das glaube ich nicht. Verzauberst du ehrlich grad, Leon? Nö. Ich glaub. Ich glaub. Ich glaub er echt verzaubert. Der Pranker. Vielleicht hab ich das auch. Okay, Lapis, richtig. Der zaubert alles. Bewusst nirka ist die Frage. Ich bin grad in nem Dorf, bin ich ehrlich zu euch. Die Kiste wurde schon geöffnet hier. Das gefällt mir aber nicht. Der hat hier die Kiste von mir geöffnet. Ich bin auch grad bei gekisteten Öffnen. Äh. Oh mein Gott. Ich bin auch grad bei geöffneten Kisten. Aha. So n Ding. Jetzt mal wirklich, wo seid ihr? Bro, wie geht ein Netherite-Schwert? Wie kann man so eins craften? Wie viel Glück hast du eigentlich, dass du überhaupt ein Netherite-Schwert bekommen hast? Bro, wie geht ein Netherite-Schwert? Wie kann man's craften? Wenn du einen Netherite-Barren hast und ein Diamant-Schwert? Und ein Diamant-Schwert noch? Na klar. Hey, das hab ich nicht. Was ist dein Anfänger? Bro, was soll ich das wissen, man? Alter, hier ist ja alles schon gelootet. Wer war denn hier? Na ahnung. Beim Wasser, hä? Beim Wasser, da war ich. Hihihi. Auch hier oben drauf? Ach, du hast da oben auch gelootet. Seht ihr auch nochmal die Crafting Bench? Oh. Ich guck gerade noch. Alter, hier liegt ne Hose. Wer hat ne Hose von euch weggeschmissen? Äh. Ne, Lederhose. Ich nicht, ich nicht. So. Ey, Jungs, noch mal eine Frage. Ihr hattet ja erzählt, mit dem Dia-Schwert kann man irgendwie... Wie mach ich daraus jetzt ein Netherite-Schwert? Mit dem Dia-Schwert? Alter, ich bin an einem geheimen Ort. An einem... Äh, ein Dia-Schwert? Ganz unten im Placen oder wo? Ganz unten mit dem Stick und dann da drüber hat's Diamanten. Äh, wie? Diamanten? Okay, ich bin an einem OP-Spot. 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 Brauch ich das nicht. Wie? Nein. Brauch ich nicht, oder was? Du brauchst ein Dia-Schwert, na klar. Ey, Leo, was legst du ihn an? Er ist geprankt. Er braucht es nicht. Du brauchst das, du brauchst das. Du brauchst das. Wie geht denn der Deutsch-Schwert? Ja, du brauchst jetzt einen weiteren... Du brauchst jetzt einen Schmiedetisch. Das ist ein anderer jetzt nochmal. Ah, ja, okay. Ja, okay. Mann, ey. Ich find keinen von euch. Wo seid ihr? Da! Oh mein Gott. Nein. Hier ist der Schmiedetisch. Ja, aber du kannst es nicht machen. Also es wird auch gar kein Spaß gerade. Geht nicht, oder was? Ne, ne. Ich wollt mir grad ne Dia-Rüstung machen und das ging nicht leider. Ey, ne Netherite-Rüstung wollt ich mir machen. Hast du so viele Netherites? Du hast ja schon so viele Sachen gefunden, oder was? Ich hab vier Netherites, aber ich kann nichts daraus craften. Ach so. Ja, okay. Also ich war wirklich auch schon da. Ich lüge auch nicht. Aha, wer springt denn da grad so blöd hoch? Ich, ich, ich. Du brauchst gar nicht rumsneaken, Digga. Hab ich sofort gesehen, Alter. Ich sneak ja nicht. Der, Leon sneak dir aber einmal rum, Digga, aus dem Nichts. Jaja, ich hab dich im Auge, Kollege. Ich hab dich auch im Auge, Kollege. Ich hab dich auch im Auge, Kollege. Ich hab was auch im Auge. Tja, eine Sache habt ihr nicht gecheckt. Dass da oben noch ne Kiste war mit XP und jetzt verzauber ich mein Dia-Schwert. So. Danke für die Info. Ihr verzaubert auch meine Sachen. Nö, kannst du nicht, weil ich hab den Zaubertisch grad abgebaut. Das ist so ne schlechte Lüge. Ist so, Digga. Ist so. Komm noch her, Kollege. Das ist unglaublich. Komm noch her, Kollege, was los? Was läufst du denn weg von mir, hä? Hast du Angst in das? Vertrau mir, das willst du nicht machen. Hast du Angst von mir, Bro? Oder? Vertrau mir, das willst du nicht machen. Na gut. Na gut. Dann glaub ich dir da mal. Nicht. Alter, schieß damit in den Rücken, Digga. Ich schieß damit in den Rücken, Bro. Okay, ich will verzaubern. Ja, fightet mal weiter, bitte. Danke. Okay, du willst verzaubern? Ja, okay. Okay, wir verzaubern. Verzaubern doch wirklich. Jetzt weiß ich, wie Kaspar das hat. Der lügt die ganze Zeit. Der lügt immer. Er ist am Lügen, Alter. Leon. Raus da. Lügenparo heißt er. Ey. Ja. Ja. Hat er dich besiegt? Ja. Er hat mich gegessen. Er hat mich gegessen. Er hat mich gegessen, Digga. Er hat mich gegessen, Digga. Ja, er lauft lieber weg. Ich bin nicht, komm, ich komm. Möckern. Wo seid ihr? Möckern. Ja, ja. Ja, ja, Kollege. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nein, hat er dich besiegt? Ich bin tot, Möckern. Ich bin tot. Hast du ihn besiegt, Leon? Bro, das war's. Sehr ehrlich. Er ist tot. Er hat mir 2-hit gegeben, Digga. Ich war direkt down. Ja, okay. Also, lügst du? Er ist tot, ja. 2-hit gegeben. Ich war direkt down. Nein, 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 nein. So, guck mal jetzt hier. Easy peasy, Jungs. Er verzaubert. Ich dachte, du bist down. Er verzaubert schon wieder, Digga. Ich seh's doch in third person. Nix los hier. Er verzaubert, Digga. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Du bist so ein Rentner, Digga. Wie kann man so ein Rentner sein? Ich weiß nicht, wo es ist. Am Spawn? Am Spawn, Mann. Nein, man kann am Spawn nicht verzaubern. Digga, direkt neben Spawn sind so 4 Hütten. Da ist ein Zaubertisch drin. Guck mal, jetzt will er mich auch noch pranken. Das finde ich nicht nett von dir, Kaspar. Bro, du bist zu retten und du chillst irgendwo. Okay, Jungs. Nein, ich bin hier hinten. Na? Wo seid ihr? Du machst Rentner-Modus. Kaspar hat mich angelogen. Kaspar hat mich angelogen. Das ist so ein Ekel. Ich geh jetzt erst auf Kaspar. Digga, also. Ach, da oben bist du ja auch schon, mein Freund. Auf Kaspar? Ah, er schniegt. Er schniegt. Sag mal, wer hat auf mich gerade geschossen? Ich? Ich hab meinen Verzauber an den Bogen. Was? Na klar, ich hab meinen Verzauber an den Bogen, Bro. Bro, ich hab meinen Herz auf. Ah, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh nein. Komm her. Trau dich, Kollege. Hier ist ein Schwein in Fuldia. Los, Javi, dir. Wer hat Fuldia? Möker, bleib stehen. Möker, bleib stehen. Und drei, zwei, eins. Oh mein... Aua! Digga, der zieht vier Herzen ab. Alter, ich hab den Möker so gut getroffen, Digga. Der hat mich echt krass getroffen. Was ist das für ein Bogen? Oh mein Gott. Ich hab einen Verzauber-Unter-P-Bogen. Also mit Power 4. Power 4? Ja, vier Herzen mit Einschlag. Herr Leo, komm mal ran hier. Hä, ne... Alter! Was? Sag mal. Ja! Alter, der hat mir grad mein ganzes Herz abgezogen. Warum den holen wir uns, Leon? Digga, Alter, das zieht vier Herzen ab. Pro Schuss, Digga. Ist so knapp los. Das ist halt so der schlechste Lügner, ne? Oh, Leon. Aber Leon, was hast du für einen Bogen, Mann? Digga, was hast du denn? Das ist Leons Bogen! Oh, dachte ich mir die ganze Zeit, wo ich so fünf Herzen gerad. Komm her, Jungs. Er geht einfach auf mich, Digga. Er geht einfach auf mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh! Oh Gott. Einmischen, einmischen, einmischen. Einmischen! Leon, ich hab Speed, Bro. Nein. Ist mir egal, ob du jetzt denkst. Ich hab Kraft! Ich hab Kraft! Oh mein Gott! Was geht bei euch? Hey! Hab mich fast geturschottet! Castor, du greifst den Falsch dann! Alter, meine ganze Pfeile sind weg! Junge, Castor, du greifst den Falsch dann! No God! Was willst du? No God! No God! Du greifst den Falsch dann, mein Freund. Aufhören! Was machst du denn? Was machst du jetzt ohne deine Schnecke trank? Was machst du jetzt ohne den? Was machst du jetzt ohne den? Was machst du jetzt ohne den? Ich hab grad so viele Schauspieler. Ich hatte gar nichts Gutes. Was? Was? Kaspar, also das war grade. Ich hatte das so viel. Kaspar, ab ins Minecraft Bootcampen mit dir wieder. Easy peasy. Ich bin voll dir hier gefühlt. Zack! Das war's gewesen, meine Freunde. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auch hier das Video aus. Einfach draufklicken. Auf drei bis morgen. Ciao, ciao!